Nur 12 Kilogramm schwer und schon ein vollwertiges E-Bike, dem man es zudem nicht ansieht, dass es ein E-Bike ist. Das ist das brandneue Freigeist-Bike, entwickelt in Wien von diesem jungen Ingenieur. Unser Konzept ist es, die Vorteile eines klassischen Fahrrads mit den Vorteilen eines modernen E-Bikes zu verbinden. Das heißt, Vorteile eines klassischen Fahrrads sind ansprechendes Design, vollwertige Gangschaltung und das Gewicht. Mit den Vorteilen eines modernen E-Bikes bedeutet, wir haben den E-Bike-Antrieb, der unsichtbar in unserem Fahrrad verbaut ist, im Hinterrad, den Radnabenmotor und den Akku im Unterrohr verbaut. Wir halten uns an die Pedelec-Norm, das heißt 250 Watt Dauerleistung. Unser Akku hat eine Kapazität von über 300 Wattstunden. Das bedeutet in dem Fall 70 bis 100 Kilometer. Das gesamte Paket in einem stylischen Fahrrad und jetzt kommt es, dass nur 12 Kilo wiegt. Das Freigeist-Gründungsteam in Wien besteht aus drei Personen. Das Bike selbst wird in China produziert, wobei Freigeist auf höchste Qualität und feinste Komponenten großen Wert legt. Der Panasonic-Akku ist im Alu-Rahmen verbaut. Die Ladebuchse ist kaum sichtbar im Rahmen untergebracht. Unsere Zielgruppe sind Working Professionals im urbanen Bereich, denen zum Beispiel Lifestyle wichtig ist oder die Trendseiter sein wollen, die sich ein Kultobjekt kaufen wollen, ein E-Bike, bei dem man nicht einmal sieht, dass es ein E-Bike ist. Ab Werk wird das Bike ziemlich puristisch und nackt geliefert. Doch auch die urbane Lifestyle-Zielgruppe braucht gelegentlich Regenschutz und Gepäckträger. Natürlich haben wir auch an Zubehör gedacht. Zu unserem Design passendes Zubehör wie Kotschützer, Gepäckträger, Lichtanlagen und innovative Sicherheitssysteme werden wir ab Marktstart in unserem Online-Shop zur Verfügung stellen. Das Interesse für das Freigeist-Bike ist schon im Vorfeld groß, wie auch bei unseren Dreharbeiten zu merken war. Wer sich nun ernsthaft für das wohl leichteste E-Bike der Welt interessiert, muss doch etwas mehr kalkulieren als für ein normales Qualitäts-Elektrofahrrad. Unsere erste Charge wird Mitte bzw. Ende Juli bei uns ankommen und für unter 4.000 Euro verfügbar sein. Das über Crowdfunding finanzierte Projekt kann zu Redaktionsschluss dieses Videos bereits mehr als 800.000 Investoren-Euros verbuchen und sieht dementsprechend optimistisch auch in die weitere Produktzukunft. Weitere Modelle wie Titanrahmen, Carbonrahmen, bessere Ausstattungen habe ich schon angedacht ab 2016. Weitere Modelle wird es wahrscheinlich auch eine Singlespeed-Variante geben. So unser Produktportfolio ist nach oben hin offen. Das Freigeist-Bike wird im Fachhandel, online und über lifestyleige Markenbotschafter erhältlich sein.